Wir sehen uns sowas hier an. Innerhalb von 10 Minuten wird 6,56% des Circulating Supplies von XRP bewegt. Dann auf einmal hier bei CoinMarketCap verschwinden hier die Anzahl der Maximum Supplies oder sowas. Also, ich weiß nicht Leute. Also hier müsste eigentlich stehen, ungefähr 100 Milliarden, kleines bisschen weniger, weil hier pro Transaktion ein bisschen XRPs verbrannt werden natürlich. Und viele machen da eine Fehler, sie gucken, CoinMarketCap, wenn der jetzt hier auf 50 Dollar geht, dann ist der MarketCap so hoch wie alles Geld auf der Welt. Nein, diese Menschen verstehen nicht, dass sobald der erste große Wahl anfängt auszucashen, der Preis dann aber auch genauso schnell wieder in den Keller gehen wird, so wie es hochgegangen ist. Weil letztendlich nicht die Liquidität existiert, die in diesem MarketCap hier angezeigt wird. Das heißt, es besteht halt die Gefahr, dass auf dem Weg nach oben, wenn die ersten anfangen dick zu verkaufen, dass der Preis stark fallen wird. Das ist leider diese Dynamik. Damit müssen wir uns anfreunden, wenn wir in diesem Markt agieren. Das ist nun mal so. Und es gibt noch dicke Fische, die haben wesentlich mehr XRPs als wir. Darum empfehle ich ja auch vielen, die neu auf dem Markt sind, längerfristig zu investieren. Denn wenn man kurzfristig investiert, geht man mit einer Mentalität eines kurzfristigen Investors rein. Und was passiert dann? Man sieht diese starken Preisschwankungen und man geht emotional mit. Warum? Weil man kurzfristig investiert. Schaut mal, wenn, wenn, wenn. Na gut, das ist jetzt hier die reale Ansicht. Gehen wir mal auf XRP. So, damit ihr versteht, das hier war gerade die Ansicht, die wir gesehen haben. Ich gehe mal auf den Tagesshot wieder zurück. Ich nehme mal das Volumen eben kurz raus, Leute. Das stört manchmal dauernd. Dann sieht man nicht, was der Chart hier macht. Das war jetzt gerade die reale Ansicht, die wir bei CoinMarketCap gesehen haben. Aber die logarithmische Ansicht sieht dann ein kleines bisschen anders aus. Die sieht dann so aus. Und wenn man kurzfristig investiert, dann gehen diese ganzen Schwankungen, die gehen einen auf die Emotion. Und dann reagiert man auch dementsprechend. Man sieht das Portfolio als Anfänger auf einmal im Minus und man verkauft im Minus. Wenn man aber langfristig investiert, interessieren diese Preisschwankungen nicht. Wir nehmen dann diese längeren, größeren Zyklen mit. Aber, was wir auf der anderen Seite nicht vergessen dürfen, und das ist das, was wir bei Bitcoin jetzt öfter gesehen haben. Wir haben einen der stärksten Bitcoin-Abflüsse von den Exchanges. Und was passiert mit dem Preis? Manchmal steigt der Preis. Manchmal fällt der Preis trotzdem noch. Da sagen doch viele, warte mal. Also das Angebot in den Exchanges ist kleiner geworden. So klein wie in dem Bärenmarkt von 2018. Und trotzdem fällt der Preis. Wie geht denn sowas? Eigentlich muss doch der Preis steigen. Ja, aber die Nachfrage muss ja auch steigen. Wenn wir ein verknapptes Angebot haben und die Nachfrage fällt auch, dann fällt der Preis umso stärker. Weil es halt wenig Angebot gibt, dann gibt es auch noch weniger Nachfrage zu dem wenigen Angebot. Ja, dann fällt der Preis einfach stärker. Dieses Szenario dürfen wir nicht vergessen. Und das ist bei Bitcoin jetzt öfter passiert und ich habe euch auch öfter darauf hingewiesen. Weil viele sich nur positiv darüber ausgedrückt haben. Oh, die Verknappung in den Exchanges, es geht alles weg. Guckt mal, der Preis steigt gleich. Erinnert ihr euch, wo ich euch gesagt habe, vor einigen Wochen, es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. Dass wir eine Verknappung des Angebots haben, aber aufgrund der niedrigen Nachfrage der Preis trotzdem weiterfällt. Das kann natürlich komplett auch in die andere Richtung gehen. Weil wir haben ein kleines Angebot an XRPs in den Exchanges und wenn die Nachfrage jetzt auf einmal aufgrund solcher Informationen wie von Settlement oder Ripple gewinnt auf einmal Realistings in den Exchanges in den USA und die Nachfrage steigt einfach, sie versuchen sich gegenseitig auch die Exchanges, wenn die versuchen sich gegenseitig durch Arbitrage die Preise anzugleichen halt und das nochmal den Preis nochmal schön nach oben pumpt. Ja, dann kann das natürlich sein, dass wir einen steilen Anstieg sehen, sowas ähnliches sehen, wie wir auch hier erlebt haben beim 2017er Bullen. Dass der Preis auf einmal ruckartig komplett Leiter in den Boden gerammt, direkt nach oben zum Mond geht halt. Solche Dinge können passieren. Das kann passieren. Und wie hoch der Preis dann geht, ob wir bei 5, 10, 15, 50 oder 100 auf einmal landen können, wenn wir eine extrem starke Nachfrage auf einmal sehen. Das steht in den Sternen geschrieben, das kann euch niemand sagen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und durch das On-Demand-Liquidity, was wir jetzt haben und wo wir jetzt eindeutig gesehen haben. Wir wussten es ja alle schon, aber wir haben halt nie eindeutige Beweise gehabt. Jetzt haben wir eindeutige Beweise, dass XRP genutzt wird tatsächlich. Und je stärker die Utility wird, Leute, je stärker die Anwendung wird, umso stärker wird das steigen. Wir dürfen nicht vergessen, dass David Schwarz gesagt hat, dass die Private Ledger Preise und die Preise in der Public Ledger, das heißt die, die in den Exchanges getradet werden, es wird Arbitrage-Handel dazwischen geben. Das heißt, wenn ich irgendein On-Demand-Liquidity-Betreiber bin und Liquidität durch XRP in mein Zahlungsnetzwerk bringen möchte. Und bei der Private Ledger habe ich einen Preis, was weiß ich, von 100 Dollar pro XRP. Ich spinne jetzt einfach mal. 100 Dollar pro XRP. Und hier in den Public Exchanges ist er noch bei 40 Cent. Ja, bin ich denn dann blöd? Warum soll ich denn das bei der Private Ledger dann von irgendjemandem abkaufen, wenn ich das für 40 Cent hier bei den Exchanges kriege? Und das ist dann der Arbitrage-Handel, der dann zwischen der Private und der Public Ledger entsteht. Auch da wird sich der Preis angleichen. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass der Preis hier auch extrem hoch sein wird. Und wenn wir erstmal so eine starke Anwendung sehen werden, glaubt es mir, dann wird es für uns kleinen Retailer wahrscheinlich gar nicht mehr richtig möglich sein, XRP stark zu akkumulieren oder wirklich hart daran zu verdienen. Darum ist das eventuell so ein One-Trick-Pony der XRP. Aber die, die früh genug da drin sein werden, die werden halt diesen Vorteil genießen. Dass wir den großen, reichen, Banken und starken, riesigen Institutionen etwas Geld aus ihren Taschen ziehen können. Das ist zumindest die Theorie. Praxis sieht ja meistens komplett anders aus, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Und ich denke, so wie ich unsere Community kenne, viele sind auch überzeugt von XRP und gehen das gleiche Risiko ein. Und ob es dann Risiko ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich sehe das persönlich nicht als Risiko. Wer sich die XRP-Ledger anguckt und welche Technologie dahinter steckt, der kann eigentlich nur fasziniert davon sein. Bin ich der Meinung. Aber gut, es gibt auch andere Meinungen und Aussagen in diesem Markt. Aber das ist auch schön. Nicht wir alle müssen der gleichen Meinung sein. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwabo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.